Ich bin Volker Jeisel und ich bin der Kapitän. Ja, die Türen sind zu, es geht gleich los. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen kurzen Flug nach Mönchen. Das Wetter in Mönchen etwa so wie hier. Es ist noch nicht ganz so regnerisch und windig. Wird es aber später wahrscheinlich. Im Moment haben wir 4 Grad und recht wenig Berührung. Ladies and German, es ist Captain. I want to welcome you on board. Wir haben die entire Crew. Mein Name ist Volker Jeisel. Wir starten die Entry soon. Ensure the short flight to Munich. The weather in Munich. Presently 4 degrees. Just a few clouds and a calm wind later on. They expect about the same levels here in Stuttgart. Ihr Handgepäck muss jetzt sicher verstaut sein, ohne einen Gang oder Notausgang zu blockieren. Laptops müssen ausgeschaltet im Handgepäck verstaut werden. Leichte Geräte wie Mobiltelefone oder Tablets dürfen Sie in der Hand halten. Schnellt sich jetzt bitte an und ziehen Sie Ihren Sicherheitsgurt fest. Bitte schalten Sie Geräte mit Sendefunktion jetzt entweder in den Flugmodus oder vollständig aus. Weitere Informationen zum Gebrauch elektronischer Geräte an Bord finden Sie in Ihrem Rufthansa Magazin. Gemeinsam mit meiner Kollegin wünsche ich Ihnen jetzt einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Good morning ladies and gentlemen, also the cabin crew would like to welcome you on board. Our Galera 10900 on your short flight to Munich Airport. The night of this minute morning will be approximately 30 minutes. Partly make sure that your hand luggage is stowed safely and does not block an aisle or emergency exit. Laptops must be switched up and stowed in your hand luggage. You may keep lighter devices such as mobile phones or Tablets in your hands. Please make sure that your electronic devices with transmission functions are either switched to flight mode or switched off completely. For more details about using electronic devices on board, please read the information in the Lufthansa Magazin. My colleagues and I wish you plan to stay on board. Befordert werden, eine Schutzhaltung einzunehmen. Diese Haltung ist auch in den Sicherheitshinweisen abgebildet. Der Gesetzgeber verpflichtet, um Sie darauf hinzuweisen, dass der Hinweis schöner Laufzeichen und den Anweisungen der Crew Folge zu leisten ist. Wir möchten Sie gerne noch daran erinnern, dass alle Lufthansa Flüge nicht Hoferflüge sind und bedanken uns jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Remember that your nearest exit may be located behind you in case of an evacuation before personal belongings on board. In the event of an emergency landing, you may have to adopt the safety position that is illustrated in the safety instruction card. You are required for law to observe the signs and follow all instructions from the crew. Would like to remind you that all Lufthansa flies are not smoking flies. Thank you for your attention. Thank you for your attention. So we should take care of the principal Ein valu cz tips. Thank you for your attention. Kapitän Krug, den Bär voll im Arschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020